Wer will uns verlassen? Ja, das glaube ich auch. So, die letzte Aufnahme jetzt und dann ist für heute erstmal genug. Ja. Ich beschäftige mich jetzt ernsthaft mit dem Ding hier, dieses Baisar-Dings. Wir wissen, wo der ist. Jetzt wird der hinter mir angezeigt. Ernsthaft? Boah, leckt mich fett, ey, wenn der jetzt dort nicht ist, ey. Doch, da ist er. Ernsthaft. Ey, das gibt's nicht. Es greift mich schon wieder jemand an. Und das ist so eine komische Troll-Auf. Verwenden, dieser Samensohn. Ja, schön, dass er dich beschützt. Quest abgeschlossen. Ach, wir müssen das mit der Eintrittsbenachrichtigung für so eine Ding ohne machen. Das ist auch noch eine Quest hier auf der Map. Aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahme, wenn wir irgendwann wieder aufnehmen sollten. Ja, das gibt's natürlich. Du kommst nicht an dieses Kackvieh heran, weil um mich, weiß ich nicht, 10.000 Leichen liegen, die dich wahrscheinlich noch nicht mal richtig... So, das haben wir gemacht. Lookbooks Mission. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Und erst mal wieder ein bisschen warfen. Geil. Oh, das ist ja so. Gibt's hier irgendwas, womit man was verbessern kann? Ihr seid es. Seels Segen sei mit euch. Gemischt Warenhändler. Was hast du denn da zu bieten? Oh, scheiße. Elementstein der Wiederauferstehung. Davon hab ich 10 Stück, glaube, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sind die hin? Hallo? Hm, keine Ahnung. Denkt immer daran, dass wir euch unterstützen. Ähm, Lagerverwalter. Genau, ich wollte ein bisschen was einlagern wieder. Seid mir gegrüßt. Diese Rune kommt einmal da rein. Unverkäuflich. Aufbewahrung in Akons Lagerhaus nicht möglich. Sicher? Komisch, ich kann's lagern. Verwandlungsschriftrolle. Die werden wir verkaufen. Trank, Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Hm. Ich sag mal, ein Geist, der von einem Tauschstrahl umgeben ist. Ihr könnt ihn für China an einen Händler verkaufen. Wer war der seinem Händler? Sag mir das doch, dass ich den verkaufen kann. Das ist ein Lebensmittelhändler. Nö, an den verkauf ich nicht. Den auch nicht. Gemischt war den Händler. So, das da, das da, das da, das da, das da, was ist das? Ein Steinfragment, das im Licht ist. Ihr könnt das in China verkaufen. Verkauft mal die doch gleich. So und so. Blutsaugendes Schwert. Nur mächtige Stigma-Verankerung. Wenn ihr diesen Stein in eine Stigma-Verankerung auslöstet, könnt ihr die Fähigkeit Blutsaugendes Schwert einsetzen. Sucht einen Stigmameister auf, um den Stein zu verankern, verzaubern oder verankert ihn mit einem Doppelklick. Kann mit einem Stigma- Okay, den hebt mal auf. Das kann weg, das kann weg. Der Funguswein kann weg. Schimilion der Klasse B. Ein Material, um Schimilion der Klasse B zu segnen. Kann nur für ausreichend aufgestiegene Schimilion verwendet werden. Das kommt ins Lagerhaus. Wasserfarben, Schuppen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Jadefarben des Membran. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Goldenes Steinfragment, verkaufen. Goldglänzender Kristall. Keine Ahnung, für was man das alles brauchen tut. Wasserblauer Elementfragment. Kann man verkaufen, dann verkaufe ich das. Das hebt mal, was ist das? Scharfer Schlag. Verkrüppelnder Schnitt. Sicherer Schlag. Ähm, gut. Verkaufen. Denkt immer daran, dass wir euch unterstützen. Wo ist das Lagerhaus? Da hinten. Oh, nee, jetzt bin ich wieder am anderen. Du hast es echt nicht einfach. Ich fühle mich verarscht, Leute. Aber egal, ich glaube, jetzt kann ich Berichterstellen. Sag mal, regnet es gerade bei uns? Keine Ahnung. Fertigkeiten. Ach, es ist ja Nacht. Loll. Ich habe Fertigkeiten, Perle, äh, Farblawine. Kann unter Stufe 54 benutzt werden. Ja. Warum habe ich das noch? Das weiß ich doch nicht. Schimlio-Vertragsstein. Kann ab Stufe 10 verwendet werden. Nicht handelbar. Ein Material, das bei der Benutzung von Schimlio funktioniert, verbraucht wird. Die Benutzung gewährt die Schimlio-Funktion von allen Schimlios im Besitz. Außer... Gold ist ein Shampoo erworben. Okay. Trank der Bewegungsgeschwindigkeit. Wird erstmal eingelagert. Transparenz-Verwandlungsschriftrolle. Ihr könnt eine Form eurer Verwandlungsliste annehmen. Das Aussehen aus Charakters verändert sich nicht, wenn ihr euch verwandelt. Schimlio-Vertrag. Kann man das einlagern? Ja. Wobei, den behalte ich mal. Das ist erschöpfter Handsdampf. Ne, die Rolle will ich nicht haben. Kenia-Vergünstigung bei Erschöpfung. Ich habe zwei Schimlio-Verträge. Hammerun und Cherubil 2. Okay. Verwandlungsschriftrolle. Packt es an. Warum kann ich nur ein Schimlio verwenden? Das weiß ich. Kann man die nicht irgendein... Vor allem... Hä? Die sind alle Stufe C. Kann man die nicht aufmachen? Evolution. Cassie. Im Schwulen-Schimlio kann nicht gesegnet werden. Ich will das doch nicht segnen. So. Tschüssi, Cassie. Evolution. Segnungskosten 22.000. Ihr verfügt nicht über genügend Segnungspunkte. Okay. Was ist ein Stahlrohrer? Weil ich habe das Vieh zweimal. Warum habe ich das Vieh zweimal? Kann mir das mal einer erklären? Ich habe keine Ahnung. Kann man den irgendwie wegschicken? Kündigen oder so? Ihr könnt höchstens Null Verträge haben. Ich habe ja nicht gehört. weißt du was ich habe jetzt fünf so ein tierchen habe ich auch ich habe die kessie habe ich doppelt und diesen kurie biel habe ich doppelt ich würde vertragen ich würde gerne hier man kann die kombinieren ok ich würde die die ich doppelt habe gerne wieder weg machen weil das bringt mir nicht wenn ich die doppelt habe der tut boxen und der hat ein schwert in der hand der passt eher zu mir der hammerhuhn ja dann haben wir ein neues tierchen bei uns und ich habe ein chimio vertragsstein ich weiß nicht was ich kann ihn nicht verwenden ganz komisch so die kann ich löschen was ist das und der pulver wird bei der fehlenden kräuter waren verwendet kann nicht direkt benutzt werden okay erhält gegenstände die beim charakteraufstieg helfen zum öffnen doppelt weg alle drei ok mein hund ist gerade so ein komisches stück fleisch ok krass na ja ich habe keinen plan was ich gerade gesagt habe dein hund ist irgendein fleisch oh mein gott er hat zugehört jetzt werde ich mir nicht wieder die ohren waschen ok für was ein material um chimios der klasse c zu segnen ich habe c und b marchingio es sind ja dann bestimmt die stärkeren evolution wie chimios der klasse c mal 150 with b habe ich das nicht enthäß�n im lagerhaus gelagert alles ich folter Seid mir gegrüßt Yep Ähm, Schimius der Klasse B 500, Klasse C Lagerhaus Ähm, Würfel 1 Jetzt habe ich 130 davon, mir fehlen 150 Geil Ach du Heimatland, kann man das hier drin einlagern? Ja, den Vertragsstein behalte ich Ähm Verwandlungsrolle Transparenz ins Lagerhaus Die dort rein Und die Kiste kann Ausweich zum großen Verwandlungs tränken Die öffne ich jetzt Ähm, Limpwurm des Sieges Bestätigen Yay Und einlagern Seid mir gegrüßt So Ähm Ja Packt es an Mein Inventar ist wieder Restlos leer Das gefällt mir So Da unten ist eine goldene Quest Wird mir angezeigt Tempel des Sonnenuntergangs Das ist bestimmt Ähm Hier Reise dort und dort hin Wohin? Wohin Na ja Ich hab ja noch jetzt Level 66 Mh Und Reise mit Domas Hilfe Aber das wird mir blau angezeigt Was ist das dann hier für eine goldene? Keine Ahnung Ich bin gerade hier um zu gucken Da oben drinnen Der heißt Redal Sprecht Ach Beitrag der Dingsbums Ions Liebe und Assfels Führung Alles klar Spielt unter dem riesigen Pilzbaum Auf der Schicksalsflöte Um Makro zu gelangen Was? Wo macht denn der das nicht selber? Ist bestimmt der Pilz dort Ne Jetzt muss ich nachgucken Nicht dass ich hier zum falschen Pilz renne Das ist halt wirklich der der umgeben ist Das ist von Monstern Ernsthaft Oh Gott Aber ich muss noch diese komischen Dinger hier klatschen Irgendwann auf Wenn ich gerade mal an vorbei gehe Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist eine sehr, sehr gute Frage Das frage ich mich auch gerade Oh, ich kriege neue Handschuhe Die besseren sind als meine Betrete Makarana Mit Hilfe der Teilkugel der Reflexion Okay Das werde ich nicht alleine machen Da werde ich definitiv auf dich warten Ach du Heiliger Das sieht mir schon so gefährlich aus Das kann auch warten Ich habe ja hier eigentlich noch zwei Quests Zum Beispiel Die hier Sprech mit Ceskas freundin Reikes Sie wartet in Pandemonium Auf neue und zurückkehrende Devas Wo ist das Pandemonium? Pandemonium ist auch Ach du Scheiße Ich habe keine Ahnung, wo das ist Das ist in der großen Stadt Wo wir unseren ersten Begleiter gekriegt haben Da gehe ich jetzt nicht hin Alter Können wir mal vergessen Vielleicht beim nächsten Mal Ja Ja Ja, dann War es das ja heute